Hallo Leute, langsam wird es auch für meinen Geschmack zu heiss. Also ja, im Schlafzimmer mit Klima geht es noch gerade, aber sonst. Also, ich hatte wieder eine unruhige Nacht. Gut, also Nacht für meine Verhältnisse. Ich war wieder vor sieben wach und habe mir schon gedacht, ich muss schauen, wie das heute klappt. Ich hatte den Power-Stream auch schon in der Nacht mal stromlos gemacht, weil das ja bei vielen Dingen Wunder wirkt. Und ja, als es dann sieben Uhr wurde, tatsächlich begann das Gerät einzuspeisen, wie es sollte. Also Grundverbrauch plus, was die Smartplugs sagen. Aber nur ein paar Sekunden lang. Dann war das Gerät plötzlich offline. Ich habe einen Moment gewartet, das blieb so. Dann wollte ich schon runtergehen. Dann war es plötzlich wieder online. Und dann haben die Smartplugs irgendwie Schrott angezeigt. Also wie ihr da seht, irgendwie das eine ist angeblich ausgeschaltet, will aber so und so viel Leistung anfordern, was ja schon mal nicht sein kann. Und sie sind auch nicht ausgeschaltet. Und der Verbrauch von heute von über 1000 Kilowattstunden ist natürlich auch nicht richtig. Die wurden aber immer als online angezeigt. Und das andere zeigt keinen Verbrauch an, aber eingeschaltet. Und ja, die Powerstream kam dann mal wieder online, wieder offline. Das hat einfach hinten und vorne nicht geklappt. Also bin ich runter. Und wollte wieder die Netzwerkkonfiguration einladen, wie am Tag zuvor. Das ging aber auch nicht. Wo der Hiess kann sich nicht mit dem Netzwerk verbinden. Das iPhone hatte gleichzeitig super Empfang. Und ja, ja. Schlussendlich habe ich dann das ganze Zeug schon in die Garage verschoben. Obwohl ich die Flachbandkabel noch nicht habe für unter dem Tor durch. Aber das Tor, ja, es geht auch so. Erstmal. Und da ging es dann auch wieder. Aber es kann ja nicht sein, dass es jetzt eine Woche problemlos funktioniert hat. Und genau in dem Moment, wo plötzlich Leistung gefordert wird, ist dann der Empfang zu schlecht. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas stört sich da gegenseitig in dem Gerät. Naja. Also so viel dazu. Das war ein ziemlicher Aufwand, bis das wieder funktioniert hat. Und heute Nachmittag habe ich dann schon wieder den nächsten Fehler gefunden. Und zwar. Ach ja. Ich habe den Powerstream jetzt senkrecht. So zwischen der Batterie und der Wand mit Luft. Dazwischen. Das soll ja die Kühlung verbessern. Und tatsächlich. Heute beim Kochen habe ich die Leistung hochgedreht. Und der hat tatsächlich 800 Watt geliefert. Ich weiß nicht, wie lange er das tun würde, aber zumindest so lange, wie es nötig war, hat er heute getan. Das hat mir allerdings dann die Batterie ziemlich leer gesaugt. Und darum habe ich da das 450 Watt-Panel, das normalerweise nur am Morgenlicht abkriegt oder volle Sonne abkriegt, verschoben. So, dass es auch jetzt heute Nachmittag Licht gekriegt hat, damit die Batterie wieder aufgeladen werden kann. Und was habe ich da festgestellt? Wenn man das Ding auf Speicher priorisieren gestellt hat, lädt er die Batterie mit 600 Watt auf. So weit, so gut. Ich würde ja sogar eigentlich bevorzugen, wenn man das auch einstellen könnte. Ich will nicht immer volle Pulle laden, aber naja. Und was passiert aber? Bei 600 Watt ist Schluss. Also die Batterie laden kann ja nicht mehr, aber er könnte ja den Rest einspeisen. Die Smartplugs sagen ihm, ich möchte ein paar 100 Watt haben. Der Grundverbrauch ist auf 220 Watt eingestellt. Aber er zeigt eine Solarerzeugung von 600 Watt und nichts mehr an. Und lädt einfach mit 600 Watt die Batterie. Also habe ich den Grundverbrauch auf 0 runtergefahren. Zu dem Zeitpunkt haben die Smartplugs nicht viel angefordert und auf Einspeisen bevorzugengestellt. Und siehe da, er lädt die Batterie mit, sagen wir, 550 Watt. Und weitere 100 Watt gehen ins Netz. Also, er nutzt die 650 Watt, die eigentlich reinkämen. Wenn man auf Batterie priorisieren stellt, sind die 50 Watt einfach verloren. Warum? Also, es sind jetzt in meinem Fall 50. Es könnten auch 200 Watt sein. Man kann ja Panels bis 800 Watt anschliessen. Aber warum? Das ist doch absolut unlogisch. Nur mal, wenn man Batterieladen priorisiert, dass man dann nichts mehr einspeisen will. Und wenn die Batterie geladen ist, dann speist er ja plötzlich wieder ein. Und zwar dann die vollen 650 Watt, wenn die angefordert werden. Also, es ist doch eindeutig auch wieder ein Back. Und ich muss euch sagen, heute Morgen, als das Netzwerk so herumgesponnen hat, da habe ich wirklich langsam fast ein bisschen die Lust verloren an dem Zeug. Ja, irgendwie vor sieben Uhr morgens schwere Batterien rumschleppen und so. Naja, am Sonntag dann noch. Und ja, ich muss ja damit rechnen, morgen früh ist wieder irgendwie so ein Theater. Naja, hoffen wir mal, es wird langsam besser. Ich habe jetzt noch kein Update gekriegt, seit ich die Geräte so im Einsatz habe. Naja. Ich habe übrigens noch, ich habe ja einen Inverter von Solax. Und den habe ich schon lange über die Cloud in Home Assistant eingebunden. Und habe mir jetzt noch IO Broker angeschaut, weil da ja anscheinend einiges möglich sein soll mit EcoFlow. Und da habe ich dann gelesen, dass man eben auch lokal darauf zugreifen könnte. Das habe ich auch damals bei Home Assistant gelesen, aber wieder vergessen, weil es funktionierte nicht. Dort war aber ein Hinweis auf eine Modifizierung, oder auf eine Firmware-Version, mit der es gehen soll. Ich konnte die aber nicht installieren. Ich habe dann noch andere gefunden, eine neuere, die modifiziert ist, sodass es gehen soll. Und konnte die erst auch nicht installieren, falls ihr das mal versucht. Der Trick ist, man darf nicht Safari verwenden. Also ich habe es dann schlussendlich mit Chrome gemacht und dann ging es auf Anhieb. Bei Safari wird es hochgeladen und dann heisst es, Firmware-Update nicht erfolgreich. Irgend so was. Ja, also da habe ich diese gehackte neue Version installiert und alles umgestellt auf lokale Abfrage. Und irgendwie nach 20 Minuten war Wi-Fi tot vom Inverter. Nichts ging mehr, weder lokal noch über die Cloud. Ich habe dann schweren Herzen schnell ausgeschaltet. Hat nichts gebracht. Ich habe den USB-Stick, der das Wi-Fi macht, ausgesteckt. Wieder eingesteckt, hat auch nichts gebracht. Schlussendlich habe ich den Stick dann an einen Computer gehängt und irgendwie konnte ich dann wieder darauf zugreifen. Und ich habe dann die gleiche Version, die ich schon hatte, aber in Gehackt aufgespielt. Und die läuft seither. Also sowohl lokal wie auch über die Cloud. Falls ihr da mal was probieren wollt, hilft das vielleicht. Iobroker, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe viel rumgeübt. Ich bin auch mit Docker nicht so hundertprozentig auf Du und Du. Und jedes Mal, wenn ich da irgendwie einen neuen Port freigeben musste, habe ich wieder von vorn begonnen. Also ich weiss noch nicht so genau, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Ich sehe, dass er die Daten auch vom Solax Inverter kriegt. Aber was ich genau damit machen kann und wie ich die genau anzeige, das weiss ich noch nicht. Aber ich bleibe mal dran. Ja. Soweit, so gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.